So, und dann gucken wir doch, fragen wir einfach mal gestellt, oh, wo erwische ich ihn denn da? Hallo, König Sindermann, der Champion. Ja, Hallöchen, ja, alles gut? Alles super, wie geht's dir, ist die Frage? Ja, ich hab mir jetzt gerade endlich mal drei Monate Burger King geholt. Jetzt stehe ich hier bei KFC, bei Kentucky, das hole ich mir auch noch. Ich will wieder Fastfood essen. Drei Monate enthaltsam, war zu krass gewesen. Unglaublich. Und ich hab gestern deine Storys natürlich im Vorfeld gesehen und man konnte sehen, die Anspannung war groß den Tag über, oder? Unglaublich, man kann diese boxerische Anspannung mit nichts vergleichen. Also das ist so ein krasser Stress, aber es ist ein krasses Gefühl, du wirst süchtig danach, also es ist einfach nur geil, ja. Ja, magst du mir kurz gestern vor dem Kampf ein bisschen erzählen, wie waren die Stunden davor, was hast du gemacht, hast du dich ausgeruht, hast du nochmal Kräfte gesammelt? Ich glaub, du hast davor relativ lange geschlafen, ne? Ja, ich hab gestern ungefähr zehn Stunden geschlafen, war nachts aber nochmal wach. Man muss sich die ganze Zeit runterbringen, weil man ist einfach so krass angespannt. Und was man nicht vergessen darf, jeder kommt ja davor an, ja, du wirst ja Jörg weghauen, erste Runde, zehn Sekunden. Man darf sowas nicht in seinen Kopf kommen lassen, man muss konzentriert bleiben, weil gerade sowas ist dann meistens so ein ausschockiger Punkt, wo man dann zu nachlässig ist und dann vielleicht mal wirklich einen Schwinger bekommt und dann K.O. geht, ja. Okay. Ja, angesetzt waren ja, glaube ich, vier Runden, zwei Minuten. War dir im Vorfeld klar, na, bis in Runde vier werden wir es wahrscheinlich gar nicht schaffen? Warst du so motiviert, dass du wusstest, da geht schon eher was? Ja, also ich kenne mich auch vom Sparring und so, also ich wusste, bis Runde vier wird es sehr, sehr unwahrscheinlich werden. Und man muss dazu sagen, ich wollte auch trotzdem bei der ersten Runde auch erstmal, also ich sag mal so, dass ich ihn jetzt schlagen muss, das war mir klar, aber ich hätte jetzt noch nicht mit vollem Karacho meine Rechte ausgepackt, weil ich wollte schon natürlich, dass ich ein bisschen zeigen kann, auch was ich geübt habe, ja. Genau, zum einen kann es natürlich sein, man powert sich relativ schnell aus, zum anderen möchte man den Zuschauern natürlich auch was bieten. Ich glaube, wenn nach 20 Sekunden alle schon zu Ende gewesen wären, hätte man sich gefragt, warum hat man sich auf den Weg gemacht? Also war dir klar, du musst natürlich auch ein bisschen was bieten. War das besonders schwierig, also zu gucken, wie ist der Gegner drauf und was für eine Tagesform ist? Jörg, konntest du das relativ schnell rausfinden? Ich bin ja, ich sag mal so, ich habe ja vorsichtig begonnen, habe geguckt, wer reagiert auf Schläge und da habe ich dann schon so ein bisschen erst gemerkt, in welcher Verfassung er ist. Aber nochmal zurückzukommen auf die Fans, weil viele wissen ja, dass ich viel, viel Hate bekomme. Aber großen Dank nochmal an alle, die gestern da waren. Ich hatte bestimmt 500 Leute nur mit Dr. Sinsen-Schalz da. Also das war für mich, hat mir wieder gezeigt, dass ich eigentlich alles richtig mache, ja. Okay, und Boris hat heute Morgen schon gesagt und hat mich gefragt, ob das besonders klug ist, an einem Abend, wo die deutsche Nationalmannschaft spielt, den Kampf angesetzt zu haben. Aber war trotzdem der richtige Abend? Ja, war richtig geahmt. Ich sag mal so, ich habe das ja nicht geplant. Marco Hook hat sozusagen gefragt, Erik, hast du Bock oder beziehungsweise habt ihr Bock, da aufzutreten? Und dann hat Jörg mich ja herausgefordert und ja, so ist es dann alles gelaufen. War trotzdem Erfolg. Ey, wir sind auf der Zone gelaufen, da bin ich auch mächtig stolz drauf. Und dementsprechend alles geil, ja. Sehr schön. Beschreib mir mal kurz den Einmarsch, als du reingelaufen bist. Warst du im Tunnel oder hattest du noch klare Gedanken? Oder warst du total fokussiert und hattest überhaupt keine Gedanken mehr im Kopf? Man muss einfach, wenn man reingeht, so krass fokussiert sein. Man muss sich nur darauf konzentrieren, jetzt geht es gar nicht los. Nicht ablenken lassen von irgendwelchen Sachen. Aber ich lebe auch davon, wenn ich mit den Fans dann spiele oder die Faust zeige und abklatsche. Ich bin ein Showman und mich motiviert das. Also ich bin eigentlich eher, wenn die Kamera nicht da ist, dann fange ich an zu zweifeln. Oh, habe ich das richtig gemacht? Das richtig gemacht? Sobald die Kamera an ist, bin ich in meinem Element und dann fühle ich mich sicher, ja. Sehr gut. Und wann hattest du während des Kampfes das Gefühl, okay, jetzt fehlt da noch ein oder zwei Schläge, dann habe ich das Match gewonnen? Hattest du das im Gefühl? Ich hätte es schon in der ersten Runde beenden können. Aber in der zweiten Runde wusste ich dann irgendwann, wo Jörg zum dritten, vierten Mal auf den Boden gegangen ist, da wusste ich, seine Puste wird auch nicht mehr lange halten. Und ich habe ihm auch einen Körpertreffer einmal gegeben. Den hat er natürlich so getan, als er den locker weggesteckt hat. Aber so ein Körpertreffer, jeder, der schon mal im Training mal weiß, wie krass das ist. Und jetzt mal ganz kurz. Alle Leute, die jetzt sagen, das war ein Fake-Kampf oder ich hätte ihn nicht richtig getroffen. Also auch schon bei Mike Halter wurde gesagt, ich hätte ihn nicht richtig getroffen. Mike Halter ist einfach umgefallen. Also ich frage mich manchmal, was passiert. Also dann müssen wir schon sehr, sehr gute Schauspieler sein. Und das wissen wir, das seid ihr nicht seit Be Real. Nein, Spaß. Das war aus deinem Mund. Nein, pass auf. Und dann, ja, habe ich gesehen in den Storys, Jörg ist fein damit, oder? Ihr seid jetzt einfach wieder quitt miteinander. Ihr seid gut miteinander. Oder war das am Ende jetzt ein bisschen mehr Schauspiel? War er nach dem Kampf gar nicht so fein mit dir? Man muss es ganz ehrlich sagen. Ich bin immer ein Typ, ich bin nicht nachtragen. Wir haben viel ausgetragen, auch so dieses Ganze hin und her. Für mich ist das jetzt gegessen. Ja, er soll seinen Weg gehen. Wir werden nie Best Friends oder irgendwas werden. Desiree auch. Aber das Ding ist jetzt langsam mal gegessen. Und bei mir passiert auch schon wieder so viel im Leben, dass ich mich damit jetzt gar nicht aufhalten kann. Also ich finde auch mal, das muss auch an jeden gehen. Nein, es bringt nichts, drei Jahre dann immer sauer zu sein und einfach drauf scheißen. Wir haben es sportlich geklärt. Er ist cool mit mir, ich mit ihm. Und setzit. Sehr schön. Und dann habe ich gesehen, was war denn mit Ingo los? Du hast ihn nicht in den VIP-Bereich reingelassen. Er wurde nicht durchgelassen. Er hat sich heute Morgen auf Instagram beschwert. Was war denn da los? Ja, einige Leute sind nicht in den VIP-Bereich gekommen beziehungsweise hatten kein Bändchen. Und ja, Ingo war da wieder ein bisschen sauer. Aber Ingo hat mich ja auch schön vertreten im Ring. Er hat ja oberkörperfrei meinen Ring gezeigt. Okay, na, beim nächsten Mal. Ja, beim nächsten Mal. Ich habe ihm auch gesagt, Ingo, beim nächsten Mal auch wieder VIP. Aber es war ja nicht meins. Es war ja nicht mein... Ja, aber er war sehr enttäuscht. Hat er zumindest auf Instagram mitgeteilt. Ja, ja, gut. So ist es. Und dann muss ich natürlich noch fragen. Ich weiß gar nicht, ob du es gestern überhaupt am Rande mitbekommen hattest. Das Szenario, Flocke, Mike, Cies, Michel. Was war denn da los? Also ich habe es dann nur so gesehen in der Story. Valentina hat es ja dann aufgenommen. Ja. Also ich fand es lustig. Ja, ich fand es cool. Und er hat ihn rausgefordert, oder? Er hat ihn rausgefordert. Ich bin echt gespannt. Ich würde mich echt freuen, wenn Flocke gegen Mike, Cies kämpft. Also das wäre auf alle Fälle ein geiler Kampf. Nur ich glaube nicht, dass Mike der Kämpfer ist. Ich glaube es nicht. Okay. Am Ende wird es wahrscheinlich eh kein Famefighting werden. Da wissen wir ja durch Eugen, da ist er raus. Also müsste man eh gucken, wo man das stattfinden lässt. Aber man hat ja bei dir gesehen, es gibt immer eine Möglichkeit. Also wenn beide wollen, wird es mit Sicherheit eine Möglichkeit geben. Deswegen sage ich also, ich würde mich sehr, sehr freuen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe Mike, das sage ich auch wieder mit nicht nachtrankt. Mike ist gestern gekommen, hat mir ein nettes Hallo gesagt. Ich habe ihn auch umarmt. Ja, das ist auch okay. Also ich bin immer jemand, wenn jemand nett zu mir ist, sage ich ihm auch nett Hallo. Und wir werden jetzt auch keine Freunde werden, aber ja, ich bin ein bisschen anders immer. Aber du sagst ihm mindestens Hallo. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Er ist ja die Woche auf Julian FM Stöckel getroffen und hat auch ihm Hallo gesagt in Berlin. Und Julian hat gesagt, dir sage ich nicht Hallo und hat sich umgedreht und ist gegangen. Und ich würde mal sagen, also ein Handshake ist immer möglich, oder? Vor allem, wenn man in der Öffentlichkeit sich bewegt. Ja, also ich sage mal, Julian ist ja auch immer der eloquente Möchtegern, Akademiker, für den er sich immer ergibt. Aber genau in solchen Handlungen merkt man eben auch, dass er meiner Meinung nach, auch wenn er super auf intelligent tut, wie ein Kind manchmal ist. Also muss ich ganz ehrlich sagen, weil auch wenn ich mit dem und dem ein Problem habe, das ist das Erste, was ich von meinen Eltern lerne. Dass man sich trotzdem irgendwie begrüßt und wir sind trotzdem alle in der Branche. So schaut es aus. Und jetzt isst in Ruhe, mein Lieber. Genieß dein Essen und genieß dein Leben. Und vielen, vielen Dank, dass du an diesem Sonntag für uns Zeit hattest. Danke dir. Dankeschön. Eile auf Corrie Paule. Mach's gut, Tschüssi. Danke. 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 Vielen Dank.